Hallo! Ja, wie geht's denn? Ich sollte kurz mal gucken, ob wir hier auch noch kommen. Wir sind jetzt am Bahnhof gefahren. Jetzt war ich immer wieder runter, weil wir auch nicht so gerne bergauf waren. Ja, so bis 1000 Meter hatte man eine gute Sicht. Hier oben ist ein bisschen ehemlich. Das war hier wieder.